Man kennt das doch, ja? Wie die Frauen dann nicht Herr ihrer Sinne sind. Ich kann Frauen auch nicht leiden. Stolz, Stolz, Stolz. Kuchenholz, ja. Hallo liebe Leute, wir sind Brenn.internet und wir sind toll. Es ist Tag 883 in der Quarantäne. Echt, so viel schon. Und wir müssen weiterhin über Discord mit euch reden, ich hab keine Ahnung. Ich hab bei 500 aufgehört zu zählen. Ich bin erst so 10 Minuten wach oder so, ich bin auch voll müde. Bist du auch ein bisschen krank? Ne, bin ich nicht, tatsächlich nicht. Aber du hattest gestern Vorsprechen. Nein, ich bin halt frisch wach geworden. Ich hab noch meine Stimme nicht trainiert, quasi. Wenn du das meinst. Naja, jetzt werden erstmal Wochen zusammengefasst, oder? Ja, ab 5.45 werden zurück Wochen zusammengefasst. Wir sind Brenn.internet und wir heißen Herodes Abloch. Ja, das ist so korrekt. Robin Nosterafu. Hey, ganz ehrlich, ich wäre mit der Anmoderation schon so zufrieden. Und Tino Ranacher. Das ist nett. Wir betrachten das Internet. Wir betrachten die vergangene Woche aus dem Internet. Und Mann, gab es da Dinge zu betrachten. Es ist viel passiert. Aber wir müssen natürlich auch, wir haben auch eine gewisse Pflicht unseren Radiozuhörern gegenüber. Die sind nämlich aus dem Weimarer Umland, ja, der Thüringer Schönheiten, Dörflichkeiten und Umlandlichkeiten. Und in Weimar gibt es ab heute eine Maskenpflicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, Herodes. Außenposten NRW erst ab Montag. Aber ich finde es schön, dass Laschet mal eine Entscheidung getroffen hat, die nicht komplett dämlich ist. Nun. Tino? Ja, ich war gestern schon einkaufen, mit Maske, schon mal zum Trainieren quasi. Und da habe ich so eine Frau angepumpt, so eine ältere Frau. Ach, ihr jungen Menschen, lasst euch auch alles vorgaukeln lasst. Fall doch nicht auf diese Propaganda rein. Da habe ich gesagt, Junge... Dann zieh mal, ziehst du deine Maske runter und hustest ihr ins Gesicht, bitte. Gibst dir einfach mal einen Zumkuss. Ja. Nee, ich habe dann gesagt, junge Frau, morgen ist es Pflicht überall. Ja, ab morgen erst. Und vorher setze ich keine Maske auf. Da habe ich sie so abgebunken und gesagt, komm, weck mich am Arsch. Oh shit, man. Die hat es dir richtig gegeben. Du brauchst es richtig hart mit dir. Ich habe erstmal geweint. Ich frage mich jetzt, inwiefern kann man jetzt noch Punkrock ausleben? Also was wäre eine Punkrock-Maske? Ja, wenn jetzt die Pflicht da ist, aber man will dann doch irgendwie mal Müsli einkaufen und will halt nicht uncool sein und so eine Windel vors Gesicht nehmen. Was nimmt man vors Gesicht, um Punkrock zu sein? Also man könnte diesen Nostra-Funin ja diese T-Shirt-Lösung nutzen. Das stimmt. Das ist schon mal nicht schlecht. Also einfach, dass man nur so einen Schlitz für die Augen hat. Ja. Also ich kenne Menschen, die wollten Sturmmasken aufsetzen. MCM hat sich auch eine Sturmmaske gekauft, ja. MCM übrigens hat sich, kurze, tut mir leid, dass ich ja regionale News so gerade präsent habe, aber MCM hat sich vorgenommen, in seiner Wohnung nicht zu rauchen und sagt das in einem Video, in dem er in seiner Wohnung raucht. Die Frage ist, war das vor der Renovierung oder jetzt danach? Ne, es ist schon renoviert, aber die Möbel sind noch nicht zurückgerückt und deswegen ist es noch okay. Okay. Ja, es ist noch nicht komplett. Gut, das in regionaler Situation. Oder hast du noch was, Tino? Regional glaube ich nicht tatsächlich. Also nicht so regional. Es passiert ja nichts außer MCM. Ich kann noch mal regional sagen, was mir aufgefallen ist, positiv, was ich auch im Stream schon angesprochen habe. Es gibt ja dieses Mecca für Skater in Barcelona, Magba, der Platz vor dem großen Museum in Barcelona und wir haben jetzt langsam Little Magba in Weimar. Was natürlich ein bisschen, natürlich gerade in der Zeit ein bisschen kritisch ist, dass teilweise fast 20 Skater auf diesem Platz sind, aber ich muss sagen, das Social Distancing wird trotzdem gut eingehalten. Man hält Abstand, es verteilt sich auf den ganzen Platz und das ist schön. Ist das jetzt der Bauhausplatz richtig? Das ist der Bauhausplatz, ja. Ja, es sind so viele Skater wie noch nie. Ich laufe da öfter vorbei am Bauhausmuseum, da sehe ich immer Robin rumfahren und noch tausend andere Leute. Also Skaten scheint jetzt olympisch zu werden in Weimar. Ja. Ich mache mal Daniel Graz dafür verantwortlich. Der hat sich da bestimmt eingesetzt. Danke Graz. Wir haben auch ihm gegenüber eine sehr interessante Sympathiekurve hingelegt, glaube ich. Ein bisschen, ja. Ja, ist ja lieber. Super. Schön. Dann, was meint ihr? Wollen wir den großen Corona-Blog abmachen? Oder wollen wir mit sinnlosen YouTube-Skandalen und dummen Menschen und so anfangen? Wir könnten eine Münze werfen. Okay. Kopf, wir machen Corona. Kopf wie Corona. Du wirfst. Ich habe keine Münze da. Ich habe halt auch keine Münze. Ich zahle Bargeld los. Ich habe eine. Ich werfe einen Zollstock. Ach so, okay. Also Kopf, Corona, Zahl, YouTube. Ja. Es ist Kopf. Leute könnten natürlich jetzt sagen, wer weiß, ob du das gezinkt hast, weil du unbedingt über Corona reden willst, du Bösemensch. Corona, it is. Aber wir haben dann eine richtig schöne Überleitung von Corona zu YouTube. Das kommen wir am Ende zu. Das Wichtigste ist erstmal, ja. Kein Oktoberfest, Leute. Deutschland geht vor die Hunde. Das gab es zuletzt 1945, tatsächlich. Ja. Voll die Fakten rausgehauen, ne? Ich frage mich, inwiefern die Auswirkungen auf die Niedergrundstädter Kirmes sein werden. Oh, Scheiße. Es ist ja ein Event, wo um die tausend Leute kommen. Wenn man aber bei tausend deckelt, ist es dann okay, die im September zu machen oder nicht. Das gute am Oktoberfest ist ja, das ist ja gar nicht im Oktober, sondern auch im September. Deshalb ist es... Bitte? Dumm. Da feiert man doch bestimmt, dass der Oktober kommt. Das ist wie... Ach toll. Die Frage ist, kommt er dieses Jahr dann trotzdem? Ich glaube nicht. Das wissen wir ja noch nicht so genau. Es kann passieren, was, wenn jetzt durch die Maskenpflicht sich keiner mehr ansteckt bundesweit und wir den Coronavirus auslöschen. Was ist dann? Das frage ich mich tatsächlich auch. Also tatsächlich ist ja die Frage, die Organisation ist ja jetzt auch schon nicht mehr da. Das heißt, wenn jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, August heißt, kein Corona mehr da in Deutschland, kann man ja trotzdem eine Gamescom mit einem Oktoberfest nicht spontan hochfahren. Es wurde die Monate vorher schon nicht organisiert, weil es hieß, es findet nicht statt. Das wäre halt mega schade. Ja, also... Aber die Frage ist, wie realistisch ist das Szenario, dass es wirklich ausgelöscht ist, ne? Ja, auslöschen wird nicht funktionieren. Die Theorie ist ja da, dass wenn wirklich keiner mehr sich ansteckt, dass es dann weg ist, aber das wird halt nicht passieren. Also alleine halt in Afrika oder in anderen irgendwie, in sowas wie Venezuela oder auch Brasilien, da wird es halt nicht passieren, dass sich jetzt erstmal keiner ansteckt. Ja, aber die Frage ist, wenn Deutschland wirklich frei ist und man macht die Grenzen halt weiterhin zu oder lässt sie zu, dann ist ja theoretisch safe. Ja, okay. Wenn man die Grenzen zulässt, dann könnte es schon wieder realistischer werden. Sollte man irgendwo doch noch einen Fall finden, kann man ja wieder sagen, direkt Lockdown für zwei Wochen. Und dann ist es immer noch besser, als wenn man zulässt, sag ich mal. Es gibt ja auch ein paar Länder, die jetzt schon einige Tage ohne neue Fälle auskommen, wie zum Beispiel Thailand und irgendwas, Neuseeland, irgendeinen Bereich davon. Ich weiß nicht, was es noch war. Auf jeden Fall gibt es ein paar Länder. Das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, um die traditionelle Zahlenvorlesung zu machen. Ja, die Lottozahlen sind wie folgt. 2.682.000 und Todesfälle 191.000. Das ist schon beachtlich. Nicht schlecht. Gratulation auch an dieser Stelle nochmal an die USA, die mittlerweile die vierfache Zahl des zweiten Platzes Spanien haben. Die Perform. Was? Die Perform. Die Perform auf jeden Fall, ja. Die machen uns stolz. Bringt den Cup nach Hause, Jungs. Aber Leute, die Zeiten sind vorbei in den USA, denn Trump hat heute oder gestern die Lösung. Warte, ich habe extra einen Kniss vorbereitet. Ich habe gehofft, dass ihr es nicht wisst. Vielleicht weiß es Herr Rodes zumindest nicht. Ach man, okay, okay, dann an dich. Also, Leute, haltet eure Unterhosen fest, okay? Trump hat jetzt die Lösung. Herr Rodes, was hat er gemacht? Hat er vorgeschlagen? Also, ich schwanke zwischen dem ersten und dem letzten. Also, es ist schon mal gut, dass man nicht Ketten raucht, weil das soll ja auch irgendwo eine Lösung gewesen sein. Ja, Nikotin soll vielleicht auch irgendwie positiv sich auswirken. Boah, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe eigentlich gehofft, dass es Rauchen irgendwann auch nicht mehr gibt. Also, du schwankst zwischen Aquariumreiniger, Gurgeln und der Mütze vor dem Mund. Kannst du nochmal die Möglichkeiten dazwischen sagen? Ich würde gerne ausschließen. Licht in den Körper bringen, Desinfektionsmittel spritzen. Ich glaube, Trump würde so eh so Sachen nicht sagen. Desinfektionsmittel spritzen oder Antibiotika nehmen. Antibiotika würde ich ihm auch zutrauen, weil das ist halt genau diese Wissenslücke, die er hat. Ich glaube, ich locke mal Antibiotikum ein. Okay, Achtung. Bis auf das mit der Mütze hat er mehr oder weniger alles schon gesagt. Ach scheiße, wir haben Multiple Choice. Das mit der Mütze habe ich mir überlegt und ich fand es sehr witzig. Aber das, was Tino meint, ist von gestern und er hat tatsächlich vorgeschlagen, Desinfektionsmittel zu spritzen. Ob das nicht vielleicht eine Option wäre? Das mit dem Antibiotika hat er halt vor einem Monat oder so gesagt. Auch für die Zuhörer vielleicht nochmal, Antibiotika helfen nicht bei Viren, sondern bei Bakterien. Und das mit dem Aquariumreiniger gurgeln hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, dass dieses Hydroxy irgendwas, ich weiß nicht, wie es heißt, das ist ein Bestandteil von so einer Art Aquariumreiniger in Amerika. Und das haben ja dann aufgrund dessen zwei Leute getrunken und einer davon ist gestorben. Und diese Logik, ja, Desinfektionsmittel spritzen gegen eine Lungenkrankheit, ja, dass erst die Lungen gesäubert werden, das macht gar keinen Sinn. Ja, doch, 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 weil wenn man das Desinfektionsmittel auf die Haut aufträgt, dann ist ja die Haut desinfiziert. Und wenn man das spritzt, ja, ich weiß es doch nicht, Tino, ich weiß es nicht. Also das ist wirklich ein Video, was ich jedem empfehlen kann. Es ist wirklich so, es wurde halt auch auf Cringe-Seiten zum Beispiel hochgeladen, ja. Ja, großartig. Und auch Licht in den Körper bringen, er hat halt gesagt, oh ja, das Licht, auch noch keine bestätigten Untersuchungen, dass Wärme und Licht halt irgendwie es dem Virus ein bisschen schwieriger machen. Wenn du sagst, esoterisch ist er nicht, er sagt halt, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, das Licht in den Körper zu bringen, durch die Haut. Also lieber Amis, Pulsalern aufschneiden und dann ganz nah an die Sonne halten, damit Licht ins Blut kommt. Nicht alle Amerikaner über einen Kamm scheren, würde ich sagen. Aber diese Leute, die du meinst, auch nicht, aber vielleicht mal damit befassen, was denn Desinfektionsmittel macht. Das tötet nämlich viele Sachen, die vorher gelebt haben oder zumindest Viren, im Fall von Viren, handlungsfähig waren. Ja, auf mikroskopischer Basis und im Körper halt auch. Und das sind Sachen, die man halt nur brauchen könnte. Naja, aber also Dinge töten, die vorher lebendig waren, ist bei dem geneigten Trump-Wähler vielleicht nicht für alle was Schlechtes. Also ich würde es ungern so verstehen, dass diese dummen Leute wirklich direkt getötet werden müssen, um sie aus dem Weg zu räumen. Wir sind noch einmal Brennpunkt Internet hier. Meine Güte, ey. Also du kannst ja nicht sagen, dass es eine gewisse Komik hat, obwohl es halt super tragisch ist. Wenn Trump sagt, da ist so ein Mittel, das könnte helfen und das ist ein Aquariumreiniger drin und das trinken dann aufgrund dessen Leute und sterben daran. Das hat schon eine gewisse tragische Komik inne. Man sollte eben auf Experten hören, nicht auf Trump. Ich kann das auch einfach nicht zuordnen, weil ich einfach, mir fällt das immer schwer, das mir wirklich glaubhaft zu machen. Also ich glaube, dass das passiert ist, aber das ist so fern meiner Vorstellung, dass Leute sowas machen. Deshalb kann ich das irgendwie nicht gut zuordnen und mich dazu auch irgendwie immer nur schwer äußern, weil ich das so unglaublich finde. Ja, naja. Auf jeden Fall, die Rettung ist nah, Leute. Spritzt euch einfach Desinfektionsmittel. Ach übrigens, Robin, Euro, wenn das mit der Trump-Mütze auch noch kommt. Also es ist wirklich nicht abwegig, oder? Oder dass er vielleicht Make America Great Again Merch macht, so. Und einfach das da drauf schreibt. Na ja, so Atemschutzmasken, wo das draufsteht. Ja, genau. Aber der kann das auch unmöglich ernst meinen. Was ist denn seine Agenda, dahinter so einen Scheiß vorzuschlagen? Also er ist halt auf der einen Seite wirklich bei manchen Sachen nicht so clever. Er hat ja auch ein echt begrenztes Vokabular. Der hat sein Leben lang immer alles bekommen und Recht bekommen, auch wenn der falsch liegt. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der so dumm ist. Das kann doch nicht sein. Ich möchte dazu sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass er gesagt hat, mach das auf jeden Fall, ne? Desinfektionsmittelspritzen. Er hat halt quasi in seiner Pressekonferenz, mehr oder weniger gebrainstormt, ob das eine Option ist. Aber selbst das bedeutet ja, dass er es nicht für ausgeschlossen hält, dass das eine gute Idee ist, sich Desinfektionsmittel zu spritzen. So. Ich glaube, die Republikaner wollten ihn einfach ins Amt heben. Nicht, weil er so schlau ist, sondern einfach, weil er so beliebt war. Und das haben sie halt jetzt davon, ne? Ja, das ist ja ganz am Anfang, oder, also der ist ja, in der letzten Sekunde überhaupt, haben die sich hinter ihn gestellt, als sie dann gesehen haben, dass es keinen anderen Weg gibt. Die haben ja ganz, ganz viele andere Leute vorher gepusht. Die wollten den am Anfang ja selber nicht. Und jetzt sehen sie, okay, der steckt halt die Grenzen so weit nach außen, was jetzt geht. Und das ist ja im Endeffekt gut für die. Kann ich auch direkt noch andere Beispiele geben. Stellt euch das mal vor, ja? Also, äh, Lindsey Graham hatte ich ja auch schon mal, ne, das, da komme ich danach zu, das meine ich gerade nicht. Äh, Mitch McConnell, den hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Der republikanische Führer vom, äh, Repräsentantenhaus, egal. Der hat gesagt, dass Blue States, also demokratische Staaten, nichts bekommen sollen vom, äh, Coronavirus-Bailout, also von, ne, Unterstützung. Wie zum Beispiel New York, weil, großes Fragezeichen. Und wenn das jetzt, wenn man das jetzt mal ummünzt, das würde bedeuten, das Äquivalent wäre ungefähr, AfD ist in Deutschland an der Macht und sagt, in Zeiten von Corona, jeder Bundesstaat, äh, jedes Bundesland, was nicht AfD als größte Mehrheit hat, bekommt keine Unterstützung. Ich frage mich, ist da nicht irgendwie eine amerikanische Verfassung im Weg, die sowas unmöglich macht? Naja, ist halt schwierig, weil die haben aktuell, äh, im Senat eine Mehrheit, die Republikaner. Also, es heißt nicht, dass das jetzt passiert, ja, das ist noch nicht klar. Äh, zumal gerade alle Augen auch auf New York sind. New York ist auch, äh, demokratisch. Und das ist halt auch so ein Ding. Dann ist wieder der, der Governor von New York, also ein Demokrat, äh, ist, ist auch wieder mit einer Rede viral gegangen und meinte, ähm, der Staat, aus dem dieser McConnell kommt, der kostet, dass, äh, den, den, äh, die, die, die Vereinigten Staaten kostet der quasi mehr, als er einbringt. Und New York wiederum bringt mehr ein, als es kostet. Also, der, ähm, ich glaube, Michigan war es, wo McConnell, äh, 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 der, der, der Vertreter ist. Der, der kostet quasi 100, ich glaube, Milliarden sogar im Jahr. Und New York bringt aber Geld ein. Und das ist ja alles Steuergeld. Das gehört ja nicht dem Staat, sondern es gehört ja allen Menschen. Und wenn die jetzt sagen, du kriegst jetzt in einer Zeit der Not kein Geld, aber der andere Staat, der uns ja eh schon Geld kostet, bekommt Geld. Das ist alles so absurd. Aber es gibt halt, also die Republikaner sind halt gerade an der Macht. Das ist, das ist, das ist alles ein bisschen tricky. Aber ich will auch nicht zu viel. Ist es nicht so, dass die Amerikaner auch eigentlich nur deshalb bewaffnet sind, dass sie gegen den Staat vorgehen können? Wäre doch eine Maßnahme, oder? Exakt, exakt. Also, das lese ich jetzt auch immer, immer mehr. Das Ding ist halt, dass es eher die, auch hier eher die Republikaner sind, die halt immer sagen, ey, greif zu den Waffen, lass das nicht mit euch machen. Gab es auch richtig geile Bilder diese Woche, wie die Leute so voll bewaffnet vor, vor irgendwelchen Häusern stehen und demonstrieren gegen das, äh, gegen das, äh, Verbot gerade. Also wirklich, die, die packen dann ihr MG aus. Das war für mich auch völlig absurd, dass man so demonstrieren darf. Selbst hier in Amerika ist das krass. Da steht die da mit, mit M4 rum, mit Maschinengewehr, ja, und, und demonstrieren so. Ganz normale Bürger. Ja, dann hoffe ich mal, dass folgendes nicht passiert. Bürgerkrieg. Hat uns MCM schon vorgewarnt. Er hat sich nur im Land gehört. Weil dann waren die Corona-Toten die kleinere Menge. Ja, also ich sag mal. Aber seit Corona gibt es auch weniger, ähm, Schusstote, oder? In den USA. Ja, vermutlich. Macht irgendwo Sinn. Wenigstens war es, hä? Ja. Gibt sich auch weniger Verkehrsunfälle. Ja, toll. Naja, aber immerhin. Ja, das auf jeden Fall als kleine, absurde, aber es gibt, es gibt noch mehr, ohne Spaß, ey. Ich, ich fühl mich aber immer so ein bisschen, ich find's nicht ganz so geil, hier so viel Amerika reinzubringen. Wir sind brenn.internet, nicht brenn.amerika. Aber das ist halt einfach am absurdesten, was da gerade passiert. Und die sind halt auch gerade einfach im Fokus. Das sind ja auch Themen, das sind ja auch Themen, die halt viral gehen. Deswegen passt das schon. Ja. Ja, ja. Also richtig viral ist auch was gegangen, was ich, Herr Hodes, zum Beispiel schon geschickt habe. Ich weiß nicht, ob du's gesehen hast, Tino. Ein Rant von einem New Yorker Comedian. Vick DiBiteto. Das hast du in dem Video gar nicht gesehen, Herr Hodes. Aber der Original-Upload, der hatte richtig viele Aufrufe. Ich glaub, der hat jetzt bei drei Millionen oder so. Und ich hab's dir aus zwei Gründen geschickt. Einmal wegen dem Ende, weil da so ein geiler Sound ist. Und weil du Speichel so magst. Boah, ey, wenn der Typ nach dem Video nicht komplett dehydriert ist, dann verliere ich den Glauben an die Physik. Ja, Tino, ich fasse es dir kurz zusammen. Also, das ist ein New Yorker, wie gesagt Comedian, der sehr, sehr sauer ist über die Maßnahmen der Vereinigten Staaten. Und, äh, während er in vier Minuten in seinem Auto sitzt, spuckt er halt die ganze Zeit, also wirklich richtig viel beim Reden. Aber, also, es ist egal. Es ist trotzdem, es ist, darum geht's eigentlich weniger. Es ist schon ein guter Rant so. Dafür, dass er so aggressiv ist, ist er sehr vernünftig. Aber es, obwohl es Spaß ist, es halt wirklich, ja, ein Kommentar unter dem Video ist, äh, der ist die einzige Person, der, ähm, Scheibenwischer im Auto braucht. Es ist wirklich großartig. Ja, ich kenne auch viele Schauspielkollegen, die immer ganz gerne da rumspucken und da sitzt man nicht gerne in der ersten Reihe. Ja, ekelhaft. Äh, aber er spricht auch gute, gute Sachen an. Er sagt halt auch, dass, äh, dass das totaler Quatsch ist, jetzt dieses, ähm, das Aussetzen der Schulden quasi für die nächsten drei Monate, wenn jetzt drei Monate Lockdown ist, und dann die ganz, die ganz normal zu berechnen. Das heißt ja, in diesen drei Monaten hatten ja die Leute alle kein Einkommen, dann ist das ja nur verschoben und dann kommt das alles auf einmal auf die zu. Und die haben ja gar keine Möglichkeit, das dann zu bezahlen. Die gehen trotzdem pleite, halt später nur. Ja. Und sein Vorschlag ist halt total sinnvoll, dass man einfach sagt, diese drei Monate, die sind dann nicht sofort danach fällig, wenn der Lockdown fertig ist, sondern die werden hinten dran gemacht. Also auch wenn du irgendwie einen Auto-Leasing-Vertrag oder so hast, der halt zwei Jahre geht, geht der dann halt zwei Jahre und drei Monate. Ja, genau. Das ist halt eine völlig offensichtliche Lösung, die aber scheinbar nicht gemacht wird. Ja, die wollen halt nur sagen, wir haben die ganzen Firmen über Corona begleitet und die gerettet. Ob die dann danach pleite gehen, kurz darauf, ist es dir dann auch scheißegal. Das ist auch ein Punkt, den er noch anspricht, dass die Firmen, also er sagt halt, die letzte Krise ist zehn Jahre her. In diesen zehn Jahren haben sie Millionen, Milliarden an Profit gemacht. Nicht Umsatz, sondern Profit. Und trotzdem sind die jetzt nach zwei Wochen schon an dem Punkt, dass sie irgendwie, dass sie unterstützt werden müssen. Damit sind Kreditgeber gemeint. Habe ich das richtig verstanden? Also Banken? Ja, ich glaube hauptsächlich. So. Und auch da, dass halt die kleinen Leute, es klingt immer so ein bisschen plakativ, oh, doch kleine Mann und so. Aber auch hier greift es ja, das ist eigentlich, das ist ja nicht das Geld einfach vom Staat, sondern es ist ja, dieser Pott wird ja auch durch Steuern, also von jedem einzelnen Bürger irgendwie finanziert. Und dass dann von diesem Geld diese Sachen finanziert werden und nicht irgendwie die Leute vor der Obdachlosigkeit gerettet werden, das ist halt alles schon ein bisschen hart. Für mich gab es so in den letzten, in den letzten Jahren so zwei große Ereignisse, die meine Facebook, Twitter und Instagram Freundschaften auf die Probe gestellt haben. Das war anfangs die Flüchtlingskrise, wo ich echt viele Leute rausschmeißen musste, weil die auf einmal anfingen durchzudrehen und rassistisch zu werden. Und Corona ist die nächste große Welle. Ihr glaubt gar nicht, wie viele, vor allem Facebook-Freunde ich habe und hatte, die jeden Scheiß posten, die offenbar jetzt so viel Zeit haben zu Hause, dass sie jetzt sich irgendwelche Sachen da einreden und Sachen lesen und glauben, dass das Bill Gates dahinter steckt. Der würde ja die WHO finanzieren und deswegen würde er irgendwelche Mikrochips einpflanzen wollen in die Menschen, weil er halt für die Impfstoffe Geld ausgibt. Könnte ich jetzt gut überleiten. Und das nimmt solche Ausmaße an. Ey, gerade Bill Gates, das ist so ein ganz teuflischer. Also wer sich diese Person einmal angeguckt hat, ganz ehrlich. Ich könnte jetzt richtig gut überleiten, aber ich teaser es nur mal an. In dieser Richtung gibt es nämlich auch einen kleinen YouTube-Skandal, den ihr vielleicht nicht mitbekommen habt, weil er nicht groß genug ist, aber ich fand es trotzdem sehr spannend, also auch so was Verschwörungstheorien und so angeht. Das Verbot war bei Meckes. Genau das meine ich. Nein. Aber das ist das Beruhigendste für mich, ist halt einfach die Gewissheit oder also das Wissen, dass das halt passiert. Also habe ich ja schon öfter gesagt, wenn man Dinge versteht, warum Leute dumm sind, fällt es mir auf jeden Fall leichter, mich nicht ganz so darüber aufzuregen. Und dass die Leute einfach keinen Bock auf Zufall haben, die sind zufallsaversiv, dass die alles, was sie sich nicht erklären können oder was durch, oh jetzt ist halt durch Zufall mehr oder weniger passiert, dass wir jetzt hier so ein Virus haben, das ist ja nicht befriedigend und es fühlt sich halt so unkontrollierbar. Und man kann es für sich gefühlt besser kontrollieren, indem man sagt, da ist irgendwie eine Verschwörung und das ist dort und so geplant. Das fühlt sich dann sicherer an, als, ja das ist halt einfach passiert und wir können nichts ändern daran. Naja, aber letztendlich muss ich mir aber trotzdem, muss ich mir auch die Frage stellen, hinterfragen denn die Menschen nicht auch mal solche Thesen? Es ist echt immer so, als würden sie mit hellseherischer Zielsichtssicherheit genau das glauben wollen, was halt Quatsch ist. Also sie hinterfragen... Na, die hat die einfachste Erklärung einfach. Ja, sie hinterfragen halt die normalen Medien, die etabliert sind, aber hinterfragen so völlig null irgendeinen YouTube-Opa, der mal ganz früher einen Doktortitel gehabt hat und glauben dem einfach alles. Und das finde ich halt so schwierig und ich frage mich auch, woher das kommen kann. Also ob das echt nur die Einfachheit ist, weiß ich halt nicht. Naja, das ist das nächste Phänomen, dass die Leute einfach... Ich weiß nicht genau, wie das bezeichnet wird, hat aber auch eine hochprofessionelle Bezeichnung, dass du... Dass es für dich ein gutes Gefühl ist, wenn du so Teil einer Elite bist, die quasi etwas weiß, was die Mehrheit nicht weiß. So, und von daher fühlst du dich eher dazu hingezogen, als vielleicht nicht so clever reflektierter Mensch oder auch andere. Also es kann jeder eigentlich davon betroffen sein. Nein, die Frage ist ja, wie gehst du um damit? Ja, so gerade ich hatte jetzt einen Fall von jemandem, der für mich so eine Art Mentor war, so die letzten sechs Jahre kann man sagen, der jetzt auf einmal anfängt, ein Bill Gates Verschwörer zu werden und zu behaupten, dass Corona ja nicht schlimm ist und dass es nur eine Ausrede wäre, uns irgendwelche Mikrochips zu bepflanzen. Und wie gehst du denn um mit so jemandem? Ja, das ist mir total schwer gefallen, da irgendwie ihm Paroli zu bieten, weil ich weiß, dass er eigentlich nicht doof ist und es nicht böse meint. Aber er ist halt schon sehr alt inzwischen und hat halt jetzt viel Zeit und hängt nur am PC. Und ich wusste nicht, entfreundest du ihn jetzt einfach oder suchst du mit ihm die Konfrontation? Und ich habe mich dann entschieden, ihn zu konfrontieren und das ist halt nicht gut geendet und das finde ich halt sehr schade. Wie ist es denn geendet? Naja, also er hat mich halt wüsst beschimpft. Also ich habe halt tatsächlich einfach nur via Chat halt so ihm Fragen gestellt, woher das kommt und habe ihm so ein paar Gegenargumente gebracht, aber immer sachlich. Und sobald er sich in der Sackgasse gefühlt hat, fing er auf einmal an, mich zu beleidigen und hat mich dann blockiert, letztendlich, nach wenigen Nachrichten. Geil. Ja, okay, das ist das Problem, aber selbst gelöst, ne? Ja, also ich habe da auch noch nicht den perfekten Umgang mit. Das Wichtige ist halt schon irgendwie die Leute da abzuholen, wo sie sind, aber was genau heißt das bei Verschwörungstheorien, weißt du? Es ist einfach der Vorteil, wenn man nicht auf Facebook ist, ich werde mit, ich kenne keinen Verschwörungstheoretiker. Ich hatte nie diese, ich hatte das Problem nie. Also ich kenne keinen persönlich, soweit ich weiß, der so ist. Also man muss sich einfach, ja, die Leute suchen zum einen und zum anderen halt raus aus solchen gefährlichen Blasen wie jetzt Facebook. Da kann ich dir aber ein bisschen widersprechen, aber da hast du jetzt vielleicht auch nicht so Kontakt, aber ich war da auf so einer Familienfeier und gerade was auch sowas wie Impfgegnertum angeht, war da auf jeden Fall ein Brennpunkt, möchte man sagen. Ja, aber mit diesen Leuten habe ich halt bewusst keinen Kontakt. Wenn ich welchen haben würde und die anfangen würden jetzt, Facebook würde, wenn die jetzt persönlich zu mir kommen würden, anfangen so eine Scheiße zu reden. Ich weiß nicht, ob es vor zwei oder vor drei Brennpunkten war, da bin ich sehr wütend geworden und ich würde wahrscheinlich wieder ähnlich wütend werden und wahrscheinlich auch ungehalten. Und ich glaube, ich würde auch sehr froh, ich würde es gar nicht probieren, mich zurückzuhalten, weil es gibt einfach so viele Argumente, die man bringen kann. Zum Beispiel, lies mal bitte eine wissenschaftliche Quelle. Haben die nicht. Die haben irgendwelche Leute, die vor 30 Jahren Professoren waren, ich wiederhole mich, wir hatten das Ganze schon, die auf YouTube ein Video machen, das ist dann eine Quelle. Ja. Ja doch, sie lesen ja diese... Ich werde derzeit nicht damit konfrontiert. Sie lesen ja diese wissenschaftlichen Texte schon, aber sie glauben denen halt nicht und unterstellen halt sämtlichen Wissenschaftlern, dass sie befangen wären und dass die die Verschwörer wären. Würden sie diese wissenschaftlichen Quellen gründlich lesen, wüssten sie, dass die im Rahmen der Möglichkeiten auf Fakten basieren? Ja, diese Fakten glauben sie ja nicht. Sie sagen ja, dass diese Untersuchungen gefälscht sind und dass sie ja bezahlt worden sind von Bill Gates oder von sonst wem, der ja Interessen hatte und dann kannst du auch schwer dagegen vorgehen, weil du kannst ja auch nicht beweisen als normaler Mensch, dass diese Studie richtig vonstatten ging. Ich finde halt immer ganz sinnvoll, diesen Ansatz, und da habe ich auch in den letzten Tagen jemanden mit rumbekommen, der Ansatz, warum sollte die Person das tun? Das funktioniert nicht bei allem, aber zum Beispiel bei Chemtrails ist halt einfach ein ganz starkes Argument, okay, wer macht das denn? Ah, okay, also die Leute, die auch unter eben jenen Himmel wandeln, ja? Weil es ja heißt, Chemtrails, die vergiften uns und so. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, die Leute, die das organisieren, vergiften sich selber. Nee, die bekommen ja Gegenmittel. Ja, vor allem auch das Argument, da habe ich auch einen ganz geilen Satz gehört, das Argument, diese Chemtrails werden versprüht, um Leute zu vergiften, das ist das Gegenargument, packt das Gift ins Grundwasser und verschwendet nicht irgendwelche Ressourcen, um da rum zu fliegen. Ja, vor allem, inwiefern sind wir denn vergiftet? Also, da müssten wir ja auch alle mehr oder weniger das Gleiche haben, aber Leute, die das sagen, meiner Erfahrung nach, nehmen dann halt irgendwas, ja, ich habe übrigens hier so Allergien und so, das ist wegen den Chemtrails, und der Nächste kriegt dann Alzheimer oder so wegen Chemtrails. Nee, das passiert ja schleichend, ja, die Folgen von Chemtrails sind ja sehr schleichend, du wirst verdummt und deine Erinnerungen werden ausgelöscht, darum geht es doch bei Chemtrails. Gott, ey, ich würde echt mit der Verschwörungstheorie gegenhalten, dass Facebook-Nutzung genau das, äh, das verursacht. Hey. Ja, Tino, du verblödest. Ich bin Team Facebook, so ein bisschen. Ich weiß. Ja, ohne Scheiß, aber wenn du, wenn du mit so einem Scheiß, also, wenn du schon sagst, du kommst da in Zwickmühlen und so, ey, halt dich da von fern, bitte, probier da irgendwie Alternativen zuzufinden zu Facebook, das ist ganz giftig. Ja, es sind ja Menschen, die das Problem sind und nicht die Plattform. Ich hab ja auch zu 90% Facebook-Freunde, die nicht so sind. Ja, Facebook ist halt schon auch nur ein Katalysator, ne? Das ist halt echt ein Sammelbecken. Also, ich krieg auf allen anderen Plattformen nicht so einen krassen Scheiß. Wenn ich auf Facebook gehe, bin ich nach dreimal runterscrollen schon fertig. Für ein halbes Jahr. Ja, weil ja Facebook auch so eher die älteren Leute anzieht inzwischen und weil es ja auch sehr einfach ist und unkompliziert. Und ich sehe auch die Tendenz, dass eher die älteren Menschen zu solchen Verschwörungen neigen, aber auch nicht nur. Absolut nicht nur. Naja. Ich hab erst kurz, bevor wir angefangen haben zu shooten hier, hab ich erst wieder eine alte Schulfreundin entfreundet, weil die anfing von wegen, ja, typisch, dass die Regierung kurz, äh, pünktlich zu Ramadan die Lockerungen einführt. So, das find ich halt, find ich halt so scheiße und so unwissend, weil Ramadan schon gestern anfing und nicht erst heute. Das ist halt alles so bescheuert. Ich glaub, die Leute, die so solche Sachen quatschen und verbreiten, ich glaub, die hab ich schon vor vielen Jahren entfreundet. Ich bin mit sowas fast gar nicht konfrontiert. Ich bin immer ganz beeindruckt, dass du da so viele Leute kennst. Tino entfolgt jetzt nach und nach seine ganze Follower-Schaft, bis er am Ende gar keinen mehr hat und dann kann er sich endlich von Facebook löschen. Ne, man denkt echt, man hat so alle Idioten rausgeschmissen, aber es kommen immer noch wieder, es ploppen immer neue auf und neue Enttäuschungen auch, wo man erst dachte, oh Gott, die waren doch immer so klug und so reflektierend und jetzt fangen die an zu behaupten, dass die Muslime und Juden hinter allem stecken. Ja. Aber es gibt noch eine ganz große Verschwörung und da kennt sich Herr Rodes sehr gut aus. Oha. Das 5G-Netz. Denn da gab es auch eine große Meldung diese Woche. Eine Frau hat auf einen Turm geschossen. Geschossen, auf dem gerade ein Arbeiter gearbeitet hat. Weil dieser Turm... In Amerika wieder oder wo? Ich glaube, das war in Dings tatsächlich, in England. Ah, in Dings. Ich gucke es gerne nochmal nach, weil das habe ich mir gerade nicht mit aufgeschrieben. Aber sie hat geschossen. Auf einen Turm. Warum? Naja, weil der so tödliche Strahlung aussendet. Weißt du, was die Leute immer vernachlässigen? Was denn? Dass Kommunikation über ein Netzwerk, ein Telefon, das sich mit einem Mast verbindet. Das klappt ja nur, weil der Mast dem Telefon Informationen sendet und das Telefon dem Mast. Das heißt, die müssen gleich viel Strahlung haben, das Telefon und der Mast. Warum denken die Leute, aus dem Mast kommt ganz viel Strahlung? Aber tragen neben ihrem Hoden ein Telefon. Alles gelogen, Herodes, alles gelogen. Wie soll denn das gehen? Nein, diese 5G-Türme, die strahlen viel, viel mehr. Und die haben auch die Funktion, uns zu lenken. Und uns zu verstrahlen. Aber warum sollte denn ein 5G-Turm mehr strahlen als ein Handy? Weil er 5G heißt. Der ist fünfmal stärker. Ja, aber das Handy muss ja auch 5G haben. Ich glaube, wir hatten das hier im Podcast noch nicht. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, was halt, soweit ich weiß, auf Fakten beruht, ist, dass durch ein globales 5G-Netz die Wettervorhersage schwieriger wäre, weil die anhand von Wasserdampf gemacht wird und das irgendwie auf den gleichen Frequenzen beruht. Das ist natürlich möglich. Aber das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Die Wettervorhersage ist jetzt schon immer scheiße. Das stimmt. Ja, aber das ist ja so eine ähnliche Problematik wie mit dem vielen Weltraummüll, der eventuell die Raumfahrt halt unmöglich machen wird. Wenn jetzt hier tausendfach Satelliten hochfliegen, die ineinander krachen und dann ist alles voller Blech und man kann da nichts mehr hochschießen. Also solche Gedanken muss man sich halt schon machen. Das ist jetzt nicht extrem tödlich, aber schon schwerwiegend und unüberlegt. Ich finde es gerade noch nicht, aber warum ich auf England komme ist, weil da, das ist auf jeden Fall so, denn das ist kein jetzt irgendwie amerikanisches Phänomen. Auch in den Niederlanden zum Beispiel gab es Protestierende, die dann so einen Turm sabotiert haben. Und in England waren es auf jeden Fall ganz viele Leute, die die Dinge angezündet haben. 53 ist hier die aktuellste Meldung, die ich sehe. 53 Türme angezündet. Also das ist schon ordentlich, was da gerade geht. Und es gibt auch hier eine wissenschaftliche Studie, die besagt, dass da teilweise das durch Bot-Accounts gefördert wird. Also die Conspiracy gegen 5G. Ich lese gerade noch eine schöne Nachricht für Herodes. Und zwar hast du dir doch immer gewünscht, dass du baden gehen willst im Sommer, ne? Du willst ins Freibad gehen. Ja. Und Erfurt hat geäußert, dass sie tatsächlich planen, ihre Freibäder zu öffnen, trotz Corona, mit der Begründung, dass ja wegen des Kloas keine Ansteckung möglich sei. Oha. Ist das so? Das behaupten sie zumindest. Und wenn die Menschen Abstand halten im Wasser, soll das wohl sicher sein. Ey, wenn das so ist, ich weiß nicht, wie chlorig das Schwannseebad inzwischen ist, weil das war immer nicht sehr chlorig. Aber klingt es bisher jetzt so auf den ersten Blick ja plausibel, weil Chlor ist ja dafür da, um halt sowas abzutöten. Ja, es klingt plausibel, aber ich glaube nicht, dass das wissenschaftlich geprüft ist. Naja, also zumindest, dass man sehr, sehr gut ausschließen kann, dass es sich über das Wasser überträgt. Man muss ja einfach nur den Virus ins Wasser lassen, Chlor reinkippen und gucken, ob er danach immer noch drin ist. Ja, na klar. Sie haben auch gesagt, Sie haben auch gesagt, dass die Gefahr nur bestünde im Gras, also wenn man dann draußen liegt und sich zu nahe kommt oder in den Umkleiden. Ja, wollte ich ja gerade sagen. Du kannst doch trotzdem im Wasser an jemandem vorbeischwimmen und den anhusten. Da ist doch völlig egal, wie viel Chlor in dem Wasser ist. Ja, ja, klar. Also da müssen wir dann halt gucken, klar. Abstand halten, genau, im Wasser. Folklore. Ich habe noch zwei Dinge, und zwar ein Anstieg und ein Abstieg sozusagen. Und zwar die gute Nachricht ist, die Zahl der Hinrichtungen ist wohl so niedrig wie noch nie auf der Welt. Juhu. Auf einem Tiefpunkt seit zehn Jahren. Aber dafür die Selbstmordrate höher, damit man diese Zahl kompensieren kann. Nee, so ähnlich. Dafür ist die häusliche Gewalt angestiegen in Deutschland. Ja, krass. Aber war ja zu erwarten. Weil die Frauen sich halt einfach nicht benehmen können, Mann. Naja, auch Kinder. Ja, auch. Ja, die können sich auch nicht benehmen. Äh, ich weiß nicht, ob das MrWissen2Go, das, nee, was war denn das? Oder war das sogar Rezo? Also, irgendwo habe ich jemanden gesehen, der einen Tweet vorgelesen hat, wo drinne stand, dass, ähm, Gewalt gegen Kinder jetzt auch ein Thema wieder wird. Aber Drittel wissen, ne? Ja, aber das ist ja, also, da habe ich Verständnis. Habt ihr das neue Video von Rezo gesehen, wo er sich zum Thema, wie der Schulanfang äußert? Das war doch mein, mein versuchter Übergang. Also. So, zu YouTube. Er zerstört alle Politiker. Okay. Äh, alle, äh, äh, alle Kultusminister der Länder auf jeden Fall. Er hat dann am Ende eingeblendet, hier, die sind von der und der Partei, äh, wählt die nicht mehr. Was ich dann, das fand ich ein bisschen schwach gegen Ende, aber ansonsten wieder gut recherchiert. Ähm, in dem Raum auch wieder sehr unterhaltsam. Also, ich, ich höre das natürlich jetzt nur und hab das Video nicht gesehen. An sich finde ich es auch uncool, das allgemein zu machen. Aber ich glaube, dass das schon für gewisse Politiker, weil wir haben ja gesehen, was bei diesem Zerstör-, äh, CDU-Zerstörungsvideo passiert ist, wie ganz Deutschland durchgedreht ist, wochenlang. Äh, dass das schon so einen, so einen gewissen Effekt haben kann, auch für Leute, die jetzt nicht erwähnt wurden. Dass denen schon die Schwitzwurst geht, dass jetzt nicht irgendwie ein Rezo daherkommt und sagt, hier, guck mal, die und die Politiker. Dass die sich vielleicht ein bisschen mehr zusammenreißen, weiß ich nicht. Aber an sich ist kein eleganter Move so. Was genau? Naja, das zu sagen, hier, der und der und der, das ist schon, hm. Ja, ich fand's am Ende, wie offen wie rot ist. Finde ich ein bisschen gefährlicher. Bisschen schwach. Genau, ich finde es ein bisschen, ein bisschen schwach auch, wie er dann diese Gesichter einblendet. Ich finde das an sich immer ganz gut, dass man auch dann die Verantwortlichen so präsentiert. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht in der Politik. Das müssen die aushalten. Da sind sie ja auch gewählt worden. Aber ich glaube halt nicht, dass halt die einzelnen Personen unbedingt was dafür können. Und um das kurz zusammenzufassen, also Rezo sagt halt, dass die Schulen schlecht ausgestattet seien, es gäbe kein Desinfektionsmittel oder nicht genug zumindest. Und auch Atemschutzmasken gäbe es nicht genügend. Abstand halten ist wohl nicht so einfach zu handeln, weil die Schulen ja auch nicht so viel Platz hätten und die Klassenräume würden fehlen. Gab's da nicht auch so einen Interview-Ausschnitt irgendwie von einer, die meinte, ja, man muss dann halt damit leben, dass dann, wenn wir das jetzt machen, dass dann auch ein paar Lehrer dadurch sterben? Und dann müssen die Schüler mit klarkommen oder so? Ja, wir bieten dann eine Therapie an, genau so eine Art und Seelsorge für den Fall. Und das sagt er eben auch, dass wohl verlangt wird, um das zu kompensieren mit den vielen Schülern und so, dass auch ehemalige Lehrer wieder eingestellt werden sollen, die jetzt in Rente sind. Und das ist halt eine voll dumme Idee, weil gerade die ja die Risikogruppe sind. Aber auch wenn die Schüler sich anstecken gegenseitig in der Schule, die nehmen das ja auch mit nach Hause und dann stecken sie auch ihre Großeltern und ihre Eltern an. Also, Wiesau sagt, dass es einfach nicht durchdacht ist und dass man wohl auf Biegen und Brechen das System irgendwie am Laufen halten will, obwohl es sinnvoller ist, vielleicht mal abzuwägen, was gerade wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und er verlangt eben dann doch, dass man eine Art Durchschnittsabitur macht, was auch alle anderen Länder wohl gerade tun, wie Skandinavien, England und so. Die haben wohl alle jetzt diese Durchschnittsabiturlösung eingeführt. Ich möchte mich ganz kurz korrigieren, weil ich jetzt gesagt habe, das Ende des Videos war schwach. Das heißt nicht, dass der Anfang nicht sehr, sehr stark war. Um nochmal klarzustellen, es ist ein sehr, sehr gutes und wieder sehr, sehr gut recherchiertes Video, wo er ja, wie gesagt, sich die von dir genannten Punkte wünscht. Ich finde es, was ich noch ergänzend hinzusagen wollte, nochmal ganz witzig, wie man das so macht. Armin Laschet nochmal zerlegt hat, der Typ, der nicht weiß, wie man eine Maske richtig aufsetzt. Den hast du gefressen deswegen, ne? Den habe ich gefressen, weil der so dumm ist. Und weil das halt NRW-Ministerpräsident ist, ne? Das betrifft mich so ein bisschen. Und der meinte ja, jo, wenn wir jetzt ein Durchschnittsabitur machen und die anderen nicht, dann ist das Abitur nicht mehr vergleichbar. Und es kann Universitäten geben, die dann NRW-Jahrgänge nicht annehmen. Das wird nicht passieren, das ist ja Quatsch. Und da hat dann Rezo irgendjemand anderen angerufen, ich weiß nicht mal wer, der da meinte, nee, es gibt da dieses Hamburger Abkommen, das genau, von 1965, das genau das unmöglich macht. So, wieder einmal googeln voraus. Ja, schön. Ja, ich meine ja auch nur, also selbst dieses Zeigen der Verantwortlichen finde ich gar nicht so schlimm, aber dieses explizite Sagen, wählt die nicht mehr, das finde ich halt einfach ein bisschen schwierig. Weil das, naja, er hat es implizit gesagt, ihr entscheidet, wen ihr wählt, mäßig, ne? Ja, gut. Ja, weil ja, ich finde es halt so schwierig, weil halt irgendwie aus allen demokratischen Parteien irgendwie Menschen an der Macht sind in den Bundesländern. Und da kannst du ja gar keinen mehr wählen, so. Also ich glaube, die einzigen, obwohl selbst die Grünen, also alle, SPD, CDU, Linke, Grüne, die haben ja alle irgendwie Regierungsposten und Kurdisminister. Deswegen ist halt diese Aussagen so schwierig. So, und wenn man die jetzt alle nicht wählt, bleibt nicht mal viel übrig, ne? Richtig. Nur die FDP. Nee, FDP hat, glaube ich, ein Kultusminister in NRW gehabt, war in seiner Auflistung zumindest so dargestellt. Ah, das weiß ich nicht mehr, das kann sein. Also ich habe halt richtig hingeguckt, deshalb. Ich würde ja NRW nicht sonderlich jucken. So, andere YouTuber, die diese Woche im Fokus waren, wir haben nämlich nicht mehr allzu viel Zeit und das war schon, war schon ein großes Ding. Ich weiß nicht, ob ihr Luna Darko kennt. Wahrscheinlich nicht. Okay, kennt ihr, äh, diese komischen YouTuber, die sich zusammengefügt haben und dann Musik gemacht haben? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißen. Taddle und Ardi haben sich zusammengefügt zu, kennt ihr bestimmt, oder? Also Taddle, Taddle habe ich mal gehört vom Namen. Taddle, kann sein. Dead Adam, das meine ich. Dead Adam, habt ihr das schon mal gehört? Ah, doch, die kenne ich. Doch, so ganz furchtbare Autotune-Musik, ne? Exakt, exakt, bin ich völlig raus, bin ich völlig raus. Und so, so richtig, also ich will jetzt hier nicht irgendwie den Prinzip Hate raushängen, aber so richtig Pseudo, wir machen jetzt hier mal irgendwie, wir sind so ganz alternativ und ja, also absolut nicht mein Fall, ja. Auch so Leute, ja, ich will es jetzt auch nicht schon zu voreingenommen machen, aber egal. Die hängen zusammen mit dieser Luna Darko, weil der eine von denen, der Ardi, der übrigens früher bei Apple War Pictures war, das ist ja alles so, boah, alter YouTube, ne? Äh, der ist mit der Luna Darko zusammen und die ist auch schwanger von ihm. So, und diese Luna Darko wiederum hat jetzt vor wenigen Tagen ein Video hochgeladen, das heißt Das gespaltene Land, genauso wie ein gleichnamiges Buch von einem Menschen, der AfD nahe ist mittlerweile, ein Autor, das Video habe ich schon nicht, also ich habe beides nur halb gesehen, aber es ist halt so ein bisschen tricky. Sie liest halt von dem, aus dem Buch vor, äh, wo auch ganz deutlich, äh, gegen, gegen Flüchtlinge und so geschrieben wird und sagt im Grunde, ja, wir sollten mal aufhören, so auf Experten zu hören. Lass ich mal kurz da stehen und uns irgendwie alternative Meinungen anhören und das gab einen Shitstorm, als dann zum Beispiel die Crew von Hand of Blood drauf aufmerksam geworden ist. Und dann haben sie sich zusammen hingesetzt und ein zwei Stunden langes Statement gemacht. Zwei Stunden, das ist das längste Rechtfertigungs-Entschuldigungs-Statement, was ich je auf YouTube gesehen habe. Und da habe ich auch so ein bisschen durchgeskippt und im Grunde sagen sie nicht, dass sie irgendwas falsch gemacht haben oder so, sondern sagen, in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, dass jede Meinung Gehör findet, was ich irgendwo ja auch okay finde, aber sie haben sich dann daraufhin entschieden, auf ihren Social-Media-Seiten hauptsächlich Gegenmeinungen, also zum Beispiel Impfgegnertum und sowas zu posten, damit man halt mal die Gegenseite hört. Weil die andere Seite, die hört man ja bereits genug. Und das ist alles ein kleines bisschen seltsam. Das finde ich auch fragwürdig. Können die ja machen, wenn es bei Meinung bleiben. Pardon? Tino? Ja? Ich würde nur sagen, das ist sehr fragwürdig, finde. Diese Argumentation, das klingt viel mehr nach einer Ausrede. Okay, ich fände es ja okay, wenn das für Meinungen so gemacht wird, aber sowas wie Impfgegner ist einfach gefährlich für andere Menschen. Und da, finde ich, hört es halt einfach auf und da ist man einfach, wenn man sowas verbreitet, verantwortlich dafür, dass kleine Kinder an Krankheiten sterben. Ja. Und da hört einfach Meinung für mich auf. Es geht ja auch nicht um Meinung, was ist denn bei Impfen, da ist doch die Meinung nicht die Frage, da gibt es doch einfach Belege und Scheiße. Es gibt doch keine Meinung darüber, ob ein Stein aus Stein ist oder nicht. Ja. Du bist völlig gehirngewaschen, Herr Ruder, du bist völlig gehirngewaschen. Ach, fick dich. Danke für deine Gegenmeinung. Ja, aber das Problem ist, also auch das Problem ist, wenn man das denn so handhabt, müsste man ja auch die Meinung verbreiten. Ja, also mit dieser Argumentation, die sie anführen, müsste man ja, ich gehe jetzt auf meine Social Media Kanäle und poste mal ganz viele Leute, die sagen, ich hasse Ausländer, das ist meine Meinung, dass Ausländer scheiße sind. Das wird ja im Mainstream nicht genug vertreten, man muss ja dieser Meinung auch mal Gehör schenken. Diese Argumentation ist das ja. Und dann merkt man ganz schnell, wie absurd das ist. Aber ich finde, man kann Ausländer so scheiße finden, wie man will. Wenn man jetzt aber Gewalt fördert, dann hat das nichts mehr mit Meinung zu tun und dazwischen muss man differenzieren. Ich kann sagen, ich finde Impfpflicht scheiße, ich finde Impfpflicht scheiße, aber man kann nicht irgendwie sagen, man sollte Kinder nicht impfen, weil das ist fucking gefährlich. Aber kann man denn nicht einfach diejenigen, die diese Meinung vertreten, das überlassen, ihre Meinung kundzutun und zu verbreiten? Ich finde es halt Quatsch zu sagen, wir sagen das auch nur mal, um die andere Seite zu beleuchten, das ist doch völliger Quatsch. Also nicht mit dem Ausmaß. Vielleicht gibt es ja auch einen Grund, dass eine Meinung nicht so krass vertreten ist. Ich meine, wenn eine Meinung nicht krass vertreten ist, kann es daran liegen, dass sie nicht so tauglich ist. Warum sollte man die denn noch irgendwie künstlich pushen? Wo ist denn da die Logik dahinter? Ja, das auf jeden Fall dazu die vollen zwei Stunden, würde ich pressen. Aber apropos Ausländer, als ob sich Gegenmeinungen nicht von alleine bilden. Warum braucht man denn doch ein Medium, das ist künstlich push? Das ist doch total in sich dumm. Ja, sag ich doch. Aber ich sag dir, wie es ist. Der mit seiner Dead Abel in der Vergangenheit, sie mit ihrer Schwangerschaft, die sind halt einfach ein bisschen, ja? Die sind halt ein bisschen hinüber. Was? Robin, weil sie schwanger war, ist sie dumm? Ja. Man kennt das doch, ja? Wie die Frauen dann nicht Herr ihrer Sinne sind. Ich kann Frauen auch nicht leiden. Nein, aber wirklich, also dieses, ich glaube, dass er sich auch so ein bisschen in dieses, ich bin mal ganz alternativ und ich informiere mich alternativ und so, dass man sich da ganz gut in so einen Modus reindenken kann. Ich finde auf jeden Fall, der gesunde Skepsis ist immer gut, aber so dieses auf Zwang, ich gucke mir jetzt mal irgendwie eine alternative Meinung an oder noch schlimmer alternative Fakten, das ist halt echt super ungesund. Ich wollte noch berichten, weil wir noch keine Nazis heute hatten, eine Nazi-Meldung. Ja. Ich möchte Pegida gratulieren und zwar hat es Pegida wieder geschafft, so ein bisschen Nazi zu sein, so ein bisschen Hitler-Anhänger zu sein, aber irgendwie auch nicht. Und zwar haben sie rein zufällig an Hitlers Geburtstag eine Demo angemeldet in Dresden, obwohl sie immer montags marschieren und das war irgendwie Dienstag, glaube ich. Okay. Und die Demo hieß 80 für 80 Millionen. 80 für 80, so, weil 80 Leute da waren oder was? Der 20. April war ein Montag. Was? Nein, erzähl nicht. Toll, Tino. Musst du jetzt immer alles schlecht machen, was die Leute da machen? Mir wurde das nämlich geschickt per WhatsApp, wo es hier ist, zufällig. Oder war das vielleicht der Aufreger, dass sie vorher nicht demonstriert haben und dann am 20. wieder anfangen wollten? Jetzt bin ich aber überrascht. Tino, deine Nazi-Bias, ja, dass du so voreingenommen bist, alle Nazis sind scheiße, das hat dich jetzt hier ganz schön ins Boxrohnen gejagt. Also, ich weiß nicht, was für Quellen du hast. Ja. Ich weiß nicht, was für Quellen du hast, Tino, aber meine Quelle ist der Kalender. Nein, ich habe so zwei, drei Leute, die mir gelegentlich für den Brennpunkt Sachen zuschicken und da hat mir einer einen Text geschickt. Liebe Grüße übrigens an denjenigen, der gerade zuhört. Er meinte, dass die ausgerechnet am 20. April, obwohl sie sonst immer montags demonstrieren, eine Demo anmeldeten. Aber jetzt sehe ich auch in meinem Kalender, dass es ja echt Montag war. Zünd den mal an, bitte, Tino. Das zum Thema Quellen, ich nehme es zurück. Wir haben eh genug Hörer, zünd den an. Tino, du sollst auch Quellen doublechecken, die dir Honig ums Maul schmieren. Ah, das mache ich so ungerne. Aber trotzdem, dann nehme ich das zurück, aber ich sage trotzdem, das ist das Motto, 80 für 80 Millionen, finde ich ein bisschen schwierig. Ist auffällig, ja. Aber weniger als vorher, weniger schwierig als vorher. Liebe Grüße an Lutz Bachmann. Ja, ich finde es halt insbesondere schwierig, dass eine Zusammenkunft möglich ist zu dieser Zeit, die wir nun mal gerade haben. Ist nach wie vor mein Problem. Naja. Ich habe noch eine ein bisschen witzige Meldung. Gibt es so einen YouTuber, der heißt Mois, der hat einen Livestream gemacht mit 100.000 Leuten vor dem Bildschirm. Und in dem Moment kam die Polizei rein, wohl wegen Ruhestörungen. Und das finde ich ganz witzig. Also, die Überlegung, was macht man da? Du kannst ja nicht einfach hier, ja, Herr Polizist, kommen Sie mal in meinen Livestream rein. So, aber wenn die Polizei einmal da ist, kannst du ja nichts dafür, ja. Hm. Meine Überlegung ist jetzt also, ich mache mal einen Livestream, mache dann Ruhestörungen, dass die Polizei reinkommt und dann mache ich was Witziges mit der Polizei. Hm. So, so. Du kannst unmöglich verpflichtet sein, die Polizei darauf hinzuweisen, dass du gerade einen Livestream laufen hast. Ja, vor allem, wenn sie halt wirklich einfach reinkommt. Aber dürfen sie denn zu Corona reinkommen? Gute Frage, müssen sie wahrscheinlich. Ich meine, Fakt ist, du darfst sie anhusten, du bist zu Hause. Ja. Aber auch wegen Ruhestörungen. Stimmt, häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt, ja, das ist, ich glaube, es ist keine normale Wohnung gewesen, sondern halt irgendwie so eine, so ein Veranstaltungsraum. Ähm. Aber so, gerade häusliche Gewalt, ne, geht eine Anzeige rein, kommt die Polizei, klopft an der Tür und dann sagst du, man hört im Hintergrund so die Frau und Kinder schreien und bluten. Ne, sorry, ist gerade Corona, ist gerade ganz schlecht, sie dürfen jetzt hier nicht rein. Ich, 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 ich habe da keine finale Antwort drauf, aber ich frage mich. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber das war wohl gefaked, war, war das irgendwie ein Fake von ihm ja, also er wollte unbedingt diese Polizisten da in sein Livestream holen. Nein, das war jetzt meine Idee. Er hat einen ganz normalen Stream gemacht, hatte aber irgendwie, waren vier Leute und waren halt ein bisschen lauter, keine Ahnung. Und, äh, dann kam die Polizei. Ach, ich bin so dumm. Ich dachte bei 100.000 Leute im Stream, gerade, dass er irgendwie ein übelst krasses Multitwitch macht, so mit 100.000 verschiedenen Leuten, die da irgendwie rumtouren. 100.000 Zuschauer, das ist halt relativ viel für Livestream. Ich bin dumm. Ja. Alles gut. Geil. Ja, ansonsten habe ich auch noch zwei positive Nachrichten. Das ist ja auch hier immer mal ganz wichtig, ja, dass man auch mal schöne Sachen sagt. Ja, es gibt nämlich das Billion Tree Project, also eine Milliarde Bäume und dadurch ist zum Beispiel die Honigproduktion von Pakistan um 70 Prozent gestiegen. Das ist sehr schön, weil Bienen sind etwas ganz Tolles. Äh, die haben Bäume gepflanzt, die dann so instant geblüht sind, oder was? Ja, das ist ja jetzt, das geht ja schon eine Weile. Nichts hier mit instant. Aber man kann ja auch schon Bäumen pflanzen. Wie lange geht das Projekt schon? Wiss ich nicht. Ist das, ist das dasselbe, wo, wo Elon diese Million eigentlich findet? Nein, 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 das war was anderes. Verwechsel ich da was? Ja, okay, verwechsel ich. Das war Team Trees, glaube ich, was du meinst. Ah, okay. Ah, okay. Ich dachte auch. Nee, nee. Billion Tree Project ist einfach die Billion Tree Campaign. Indiziert worden ist die 1977. Aber gut, als Greenbelt Movement in Afrika. Ja, auf jeden Fall ist das schön. Ja, super Sache, dass es sowas auch gibt. Und auch hier, äh, wieder Skandinavien Vorreiter. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Äh, Dänemark, Polen und jetzt auch Frankreich, äh, weigern sich, ihre eigenen Firmen quasi zu retten oder mit, mit Unterstützungsgeld vollzupumpen, die ihr, die in, äh, Offshore, äh, Tax Havens hier in Steueroasen registriert sind. Klar. Zack. So, nicht anders sollte es sein. Ja, machen wir aber bisher, soweit ich weiß, nur diese drei Länder. Aber es ist was Positives. Aber schön. So, ihr zwei, wie war die Woche? Die Woche? Ja, was hatten wir letzte Woche? Ich fand's diesmal auf jeden Fall ein bisschen mehr. Guck mal, Rezo ist zurück, ja, Schulboykott und auf Türme wird geschossen. Oktoberfest ist RIP. Trump spritzt sich Infektionsmittel, ja, da ging schon was, sag ich mal. Alter, und ein... Ok, ihr zwei sagt eine Zahl und ich korrigiere gegebenenfalls. Ich würde so bei, bei 6,5 bis 7 mich eintendieren. Ein virales Bild, würde ich wenigstens noch erwähnen. Äh, Krankenschwester, wie sagt man eigentlich zu männlichen Krankenschwestern? Krankenbruder? Pfleger. Ok, also es gab, es gab ein virales Bild, ein sehr virales Bild von einem kranken Bruder in Amerika, der, äh, der sich auf die Straße gestellt hat und die protestierenden Leute aufgehalten hat. Ja, stimmt, hab ich gesehen. Die unbedingt zum Friseur wollen. Ja, es gab viele, die das gemacht haben, ja. Ok, also ich würde, ich würde so bei 6, 6, 5, 7 hintendieren. Aber dann sagt Herodes wieder, ey, 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 immer noch 7, immer noch 7. Ich sag 6, 6, 5. Ja. Ok. Ok, dann machen wir 6, 5. Oha. Wie friedlich. Schön. Überraschung. Ich kann auch so. So, und als letzte positive Nachricht aus dem Brennpunkt kann ich euch entlassen mit, ey, wenn ihr jetzt tanken geht, gibt's, gibt's Geld. Öl Crash. Ins Minus. Ach Gott, ey, die Leute haben das alle nicht richtig verstanden, glaube ich, was da los ist. Ja, aber es ist ja trotzdem eine Meldung. Ich muss auch selbst sagen, ich hab irgendwie, ich raff Options nicht so wirklich, also ich weiß auch nicht, wie das wirklich zusammenhängt, aber offenbar geht das nur irgendwie für Leute, die schon vorher auf diesen Preis spekuliert haben oder, ja, keine Ahnung, kann ich mich leider nicht mit gut aus. Aber Fakt ist, man kriegt kein Geld, wenn man jetzt Öl kauft. Schade. Ach, schade. Das wäre ein Erfolgsmodell für mich gewesen. Naja, gut. Ja, aber war trotzdem eine Nachricht diese Woche, ja. Ja, durchaus. Und, also ich hab auch Leute gesehen, das ist natürlich jetzt wieder, das sind keine Fakten, das sind halt Spekulationen, aber ich hab Leute gesehen, die meinten dann, dass diverse Aktionen von Trump halt genau platziert werden, um von sowas abzulenken, weil es halt einfach nicht gut ist für sein Image. Das Wichtigste ist die Economy für ihn. Und, ähm, dann passiert halt sowas, dass man sagt, ey, hier, dies und das, spritzt euch das. Oder was auch passiert ist, ey, Iran, hä? Stress uns nicht, sonst gibt's richtig böse Gegenanschläge und so. Mal schauen. Gut. Ja, liebe Leute, das war's für den Brennpunkt. Ich glaub schon, ja, oder? Ja, ich hab die Zeit ja nicht ganz hier beachtet. Ich glaub, wir haben nicht sofort angefangen, aber es war ein feuchtfröhliches Vergnügen. Auf jeden Fall. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ja, ja. Ja, ich bin grad wach geworden, voll schade eigentlich. Hä, wieso? Ach so, du bist... Ach so, du bist... Am Anfang so müde war. Ja, dann lass einfach gleich die Folge für nächste Woche aufnehmen. Ja. Alles klar. Also, die Zahlen. Drei Millionen, 300.000 weltweit. 222.000 Tote. Okay. Gut. Ach so, letzte Frage. Schafft Deutschland die 10.000 Toten? JN, ich glaub nicht dran. Was heißt schaffen? Das ist ja überall so, wenn das jetzt mehr oder weniger, wenn der Impfstoff oder so erst in einem Jahr steht, dann schaffen wir das auf jeden Fall. Okay. Ich glaub, ich hab das Wort nicht. Ich sag nein. Ich hoffe, es bleibt vierstellig. Okay. Wir werden sehen. Wir haben aktuell 5.575. Genau. Und aktuell haben wir auch sehr lade Musik. Wah. Ah. Meine Ohren tun weh. Ah. Ah. Hilfe, Hilfe. Was ist das für eine Musik? Na gut. Ah, ah. Küsschen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Die Aufnahme ist alles. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.